Was ist denn das? Wann geht es eigentlich los? Machen wir das mit Ton oder wie? Nein, wir brauchen keinen Atmen. Was brauchen wir als Atmen? Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Was ist los? Und und? Bum! 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 Gut, dass ich nichts komisches anfange. Was ist los? Ich bin jetzt auf die Koche. Aber du warst so und wir fangen an. Oh, das war jetzt gar mehr drauf. Ich stehe auch drauf. Ja, ihr seht! Ähm, Bernd, Haus und Nestheil. Ähm... Ja. Noch mehr raus, welche du gerade nicht scheuten kannst. Der Akku ist gerade ausgegangen. Bernd, du musst wahrscheinlich den Computer noch mal eingehen. Äh, der Akku war weg. Okay. Ja, der Computer ist noch nicht mal eingeschalten, aber... Schlaf glücklich und zufrieden. Schlaf glücklich und zufrieden.